Der jungen Türkin aus Rees hat die Polizei ein neues Foto veröffentlicht. Die 20-jährige Gülsün S. wurde heute vor einer Woche das letzte Mal lebend gesehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie möglicherweise schon an diesem Abend vom Täter begleitet worden ist. Die Leiche der jungen Frau wurde vergangenen Mittwoch auf einem Feldweg in der Nähe von Rees entdeckt.